Shadow, Freunde und die, die es noch werden wollen, aufgepasst. Shadow hat sein Freundschaftsprogramm überarbeitet. Damit auch ihr etwas vom Shadow-Siegeszug habt, gibt es ab sofort nicht nur 10 Euro Rabatt für deine Freunde und dich, sondern noch ein paar Belohnungen obendrauf. Für jede erfolgreiche Empfehlung belohnt euch Shadow ab sofort mit massig Geschenken. Von Mauspads über Controller, Monitore bis hin zum VIP-Lunch mit den Jungs von Shadow ist alles dabei. Wie ihr mitmachen könnt? Ganz einfach. Loggt euch in eurem Shadow-Account ein und geht auf den Punkt Freunde werben. Hier findet ihr euren persönlichen Freunde-Code, den ihr fleißig mit euren Freunden teilen könnt. Jeder, der sich darüber anmeldet, erhält dann 10 Euro Rabatt, unabhängig von der Laufzeit. Zudem werden auch euch 10 Euro auf der Shadow-Rechnung gut geschrieben. Jede erfolgreiche Empfehlung bringt euch dabei der nächsten Belohnung näher. Was das Shadow-Team alles für euch bereithält, könnt ihr auf dem verlinkten Blogbeitrag oder auf der Unterseite in eurer Account-Verwaltung nachlesen. In diesem Sinne, auch weiterhin viel Spaß mit Shadow wünschen euch Obli und das Shadow-Team. ��les werden auch immer die Ellen Glocke aufhrenbeходит. Jede